Okay, wir haben keinen Gleichstand. Das ist wunderbar. Damit kommen wir zum Ende des Finales, das heißt zur Verteilung des Präsenz. Das will ich ja jetzt hier einmal hervorholen, einen Moritzbeutel mit, ich bin da rein, zwei Moritzbeutel mit, der ist leer, der war zum Transport. Ja, vielen Dank, dass ihr alle hier wart, vielen Dank auch an alle SlammerInnen und gewonnen hat Jonas. Ja, also wollt ihr das unbedingt? Ja, na gut, das machen wir. Ich wollte erstmal noch den Moritzbeutel ganz herzlich für die Organisation des Slams danken. Und ihr könnt so lange applaudieren, wenn ich den Text gehört habe. Der Text heißt der Atomstein. Der Hölzerner Wäschekorb auf dem Sitzbrett ihres Rollators, voll mit Kieseln und Fellsteinen, brachte sie von jedem Spaziergang mit. Zum Glück wohnte sie nicht oben auf dem Berg, sondern unten im Tal. Da setzte sie sich am Ende des Spaziergangs auf den Rollator und ließ sich mit der Geschwindigkeit eines auf Berlin rollenden sowjetischen Panzers den Berg hinunter tragen. Kinder wurden bereits gewarnt, sich zwischen 13 und 14 Uhr von der Straße fernzuhalten, da zu dieser Stunde immer meine Oma den Berg vom Spaziergang zurück zu kehren pflegte. Immerhin hatte sie schon die schwarze Katze der Familie Hobbs auf dem Gewissen. Einmal kam ein Brief von einem Anwalt. Oma hatte damit begonnen, jeden Tag systematisch Steine aus dem Kiesbett der Nachbarn zu klauen. So, einer fehlt mir noch, sagte sie dann und steckte den neunhundertsten kleinen weißen Steinen in die Tüte am Griff ihres Rollators. Irgendwann wird uns alle die Demenz einholen. Eine Weisheit der alten Griechen sagte schon, Poetry Slam ist wie Demenz, man trifft ständig neue Leute. Ich gewöhne mich also nur ans Alter heute Abend, aber das ist eine andere Sache. Oma war auf jeden Fall nicht mehr ganz auf der Höhe. Aber eine Sache, die wusste sie immer noch. Kinder, sagte sie dann immer, einen radioaktiven Stein habe ich. Ein Uranoxid hat Opa damals aus Russland mitgebracht, aus dem Bergwerk, wo er als Kriegsgefangener gearbeitet hat. Ach, ihr habt Opa ja nie kennengelernt, ein feiner Kerl, bis ihn der Krebs weggeraubt hat. Naja, wir haben uns nie Gedanken um diesen Krebsstein gemacht, was soll da schon dran sein. Letzten Monat ist Roma gestorben. Die werkseitige Inspektion des Rollators hatte sie mal wieder total verpennt und plötzlich versagten die Bremsen am Berg. Pech dabei war, dass gerade unten im Tal die neue eiserne Jungfrau für das Folterinstrumentemuseum des Dorfes geliefert wurde. Ihr könnt euch ja denken, wie das ausgegangen ist. Die Steine-Sammlung hat Oma mir vererbt. Den Inhalt des Kellers, der Garage und des Dachbodens habe ich zum En gros-Preis an die Deutsche Bahn verkauft. Damit wollen sie die neue ICE-Strecke Stuttgart-München schottern. Ein schöner Gedanke, dass auch Oma ihren Teil zu diesem Prestigeprojekt beigetragen hat. Ich beaufsichtigte gerade den vierten Sattelschlepper, der mit Steinen beladen den Hof verließ, als meine Schwester aufgeregt zu mir angerannt kam. Jonas, du musst sofort mitkommen. Sie führte mich zum Gartenhäuschen, das sie von Oma vermacht bekommen hatte. Dort drin stand, in einer Ecke ganz hinten, eine dieser blauen Tiefkühltruhen, die man früher immer mit auf Autobahnraststätten hatte und in den Zigaretteneinzünder stecken konnte und aus der Papa Eier aß und Bier trank. So war das damals im Westen. Und auf dieser Kühlbox prangte, liebevoll mit Buntstift auf ein Stück Druckerpapier gemalt, dieses Radioaktivzeichen. Seit ich einmal als Vierjähriger eine Dokumentation über die Liquidatoren in Tschernobyl gesehen habe, leide ich beim Anblick des schwarz-gelben Symbols unter Vietnam-artigen Flashbacks an von Strahlung verbrannte Menschen, Liquidatoren mit Gasmasten und Krebs. Aber alles Weinen hilft nichts, wer erben will, der muss sich schon mal verstrahlen lassen. Was tun? Ich rief bei der Sammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes NRW an. Da bin ich also geboren. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag, ich habe hier ein wenig hochradioaktives russisches Uran in meinen... Was? Auf der anderen Seite des Hörers beginnt sich leichte Unruhe breit zu machen. Die auch nicht besser wird, als ich behutsam erkläre, dass mein Großvater vor langer Zeit vom Kommunismus konvertiert ist. Schlussendlich kann ich den Sachverhalt aber klären. Na, Sie haben ja also was geerbt, gut, dann lassen Sie den Deckel der Tiefkühltruhe einfach mal schön zu. Nicht aufmachen, ja? Und dann kommen Sie mal vorbei. Ich verstaue also die Kühlbox in einem luftdichten Sack, stelle diesen in eine Munitionskiste meines Opas. Weiß jemand, was eine Munitionskiste ist? Das sind so große Truhen aus Holz. Und die wiegt also 24 Kilo, weil diese mit Blech ausgekleidet ist. Wenn dann so eine Munition explodiert ist, dann ist nicht der Keller explodiert. Also eine Munitionskiste. Stelle diesen in eine Munitionskiste meines Opas, vernagel die Box, maure die Kiste dann in meinem Kofferraum ein und gieße den Kofferraum mit Blei aus. Zu guter Letzt lackiere ich das Auto schwarz-gelb und bringe eine Signalanlage am Dach. Ja, ist ja schwierig. Stell dir vor, du fährst mit so einem Stein um die Autobahn und dann hast du einen Unfall. Was macht man dann? Man weiß ja nicht, ob der Stein wirklich radioaktiv ist, weil man keinen Geigerzeller hat. Dann ruft man dann die Feuerwehr an und sagt, ich habe einen Unfall. Aber kommen Sie gleich mit so einer ABC-Schutztruppe? Das ist ja nicht so einfach. Wirklich, das mit der Sammelstelle ist jetzt kein Witz. Bei der Sammelstelle angekommen, muss ich feststellen, dass sich einmal erkaltetes Blei nur schwer aus dem Kofferraum lösen lässt. Der Typ von der Sammelstelle mit dem Geigerzähler in der Hand wird schon ungeduldig, während ich noch mit einem Presslufter mal die Mauer in meinem Kopf einreiße. Der Geigerzähler. Nichts. Der Geigerzähler tut nichts. Es knarzt nicht, als wir den Sack öffnen, auch nicht, als wir den Deckel der Kühlbox abheben. Darin liegt nur ein unscheinbarer, kohlkopfgroßer Stein. Nichts. Der Typ von der Sammelstelle nimmt den Stein in die Hand und wirft ihn in die Restmülltonne. Das passiert häufig. Da erbt jemand was und dann kommt nichts dabei rum. Ich bin seltsam enttäuscht. Aufregend war das ja schon. Ich erinnere mich an Alexander Litvinenko und frage hoffnungsvoll, ob der Stein denn gefährlich wäre, wenn ich ihn hinunterschlucken würde. Der Strahlenschutzexperte zuckt lustlos mit den Schultern. Höchstens, weil sie dann einen kohlkopfgroßen Stein im Magen hätten. Dann dreht er sich um und geht. Und die Moral von der Geschichte? Wenn deine demente Oma behauptet, ich habe russisches Uran gebunkert, dann gilt, wie für alle Situationen im Leben, keine Panik. Ruhig bleiben und die Sammelstelle für radioaktive Abfälle anrufen. Danke, schönen Abend. Applaus Ja, das war der letzte Text. Der wirklich letzte letzte Text. Wir sehen uns im Wintersemester wieder. Entschuldigung, Sommersemester. Die Einleitung haben wir heute temperaturmäßig alles schon erhalten. Wir gelogen Besserung und treffen uns im Oktober oben. Und bis dahin, alles Gute. Applaus